Ich bin nicht kitzelig. Echt nicht? Das ist Fiona und hier ist Krebok und wir spielen Skribbeln House Unlimited. Wir sind jetzt mit Maxwell hier in der Schule und sollen hier noch, ich guck mal nach, drei Fragmente und einen Stern besorgen. Da weint noch einer. Der hat bestimmt ein Fragment in der Hose und das piekt. Oh, da ist was zu essen. Ich hab Hunger. Das kann man nicht essen, das Sandwich. Was hat der denn hier? Ach der schwitzt. Schütze mich vor den Ballwürfen mit dem Völkerball. Eine Maske. Eine Hockeymaske. Eishockeymaske. 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 Genau. Eishockeytor. Eishockeyschläger. Na gut. Eishockeymaske. Ja und der kann sich den Ball zurückschlagen. Stell ihn mal nicht so an. Hm. Eine Ritterrüstung. Die hatte ich auch schon. Hey siehste. Rüstung. Juhu. Das geht. Gut. War ja keine Ritterrüstung. Was haben wir denn noch hier? Den blauen Stern. Aber ich wollte erstmal da hinten hin. Was ist das denn hier? Eine Junge. Was machen? Und die Oma? Platziere etwas in meinem Topf, dass ich den Schülern zum Mittagessen servieren kann. Einen Topf. Kakerlake. Das war nicht gut. Das ist nur für Fledermäuse. Und Kakerlaken schmecken auch nicht. Motten sind viel saftiger. Das ist eine Disco-Kugel. Ich fand das lustig. Was geht hier denn ab? Disco-Kugel. Riesiger, schmutziger Spielplatz. Ne, rissiger. Rissiger. Warum? Die ist kaputt. Oh. Dieser Spielplatz ist langweilig. Er könnte ein paar interessante Attraktionen gebrauchen. Eine Rutsche. Eine Rutsche. Hättest du noch Rutschen. Ja, aber die sind ja kaputt. Eine Schaukel. Was geht da denn ab? Das ist doch gleich ein ganzer Park. Mit einer Rutsche. Cool. Könnte ich rausgehen. Nein, du musst noch mal zurück. Ja, ich muss doch noch den blauen Stern machen. Ja, du musst den blauen Stern machen. Den blauen. Au, au. So, jetzt aber. So. Ja. Verrückte Wissenschaft hilft beim Gewinnen der Wissenschaftsmesse, indem du ein gemeines Wesen erschaffst. Ein gemeines? Entweder ein gemeines, so wie fies, oder ein allgemeines. Also ein gemeines. Aber ich glaube, ein fies, oder? Die jährliche Wissenschaftsausstellung steht an. Hilft der Schülerin dabei, eine Lebensform zu erschaffen und zu gewinnen. Gibt der Amöbe zuerst eine Nahrungsquelle. Bakterien? Das ist eine Amöbe. Was essen Möben? Was essen denn Amöben? Ich kenne Möben, aber Amöbe? Ich weiß gar nicht, was die essen. Was essen die denn? Kekse, ne? Nein. Doch, die essen bestimmt einen Keks. Du benötigt sie etwas Wärme, um vernünftig wachsen zu können. Ähm, ähm, wie heißen die roten Rotlichtlampe? Eierkocher. Eierkocher? Eierkocher. Eierkocher. Nein. Rotlichtlampe. Ja. Rotlicht. Rot. Licht. Hm. Mach ne Lampe. Das nennt sich doch Infrarotlicht oder so, ne? Ja, das mein ich ja, aber ich dachte, das kennen die nicht. Das kennen die ja auch sowieso nicht. Infrarot. Inferno. Inferno ist auch weiß. Idiot kenn die ja. Infektion. Nee. Mach ne Lampe. Ein Innenhof. Wärmelampe. Wärmelampe sagt man auch dazu. Wärmelampe. Versuch das mal. Wärmelampe. Wärm. Wärm. Ja, wir könnten das ja auch anders schreiben. Wärmelampe. Wärmplatte. Wärmplatte ist auch gut, ne? Du, tu das unter den Tisch. Ja. Nee. Nicht wirklich. Dann doch die Wärmelampe. 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 Kennt ihr nicht? Nee. Wärmepäck. Ja, versuch das. Hä? Tauch sie da. Jetzt gehen wir mal mal richtig als Eingemachte. Ha! Tauch sie da. Die kannst du da reinhängen und dann mach's bloß. Tauch sie da. Kennen die nicht? Das kannten die, also auf dem DS damals kannten die sowas. Wieso kennen die das nicht? Ich weiß auch nicht. Die hat natürlich jetzt, so. Ich soll irgendwas warm machen. Man könnte natürlich eine Stecke nehmen. Nimm die doch hier, Junge. Nee. Heizstrahler? Ein Ofen? Eine Heizung? Ein Feuerfeuer? Okay. Was ist das? Eine Armböbe? Wow, sie wächst. Als nächstes sollte ich etwas geben, das der Körper eines solchen Venens brauchen könnte. Knochen. Oder Gräten. Oder Haut. Haut? Ich beginne das zu wachsen. Jetzt sollte ich dem Wesen aber helfen, sich in der Gesellschaft zu integrieren. Wie wär's mit dem Kopf? Nein. Anziehsachen. Eine Unterhose. Nein. Doch, ohne Unterhose kannst du nicht in die Gesellschaft. Aufenthaltsgenehmigung. Nicht? Oder auch Abfallbehälter genannt. Nein. Geht nicht. Ähm. Klohunterhose. Echt? Ein Visa. Visum. Hm. Irgendwann gibt hier eine Venus. Hier. Ach, Quatsch. Darauf kann man da raufsetzen. Hat er eingepackt. Der hat die Venus gegessen. Was sollte der jetzt haben? Irgendwas, um die Gesellschaft zu künden. Aber der hat doch keine Hosen an. Also braucht er erstmal Hosen. Ich brauche eine Hose. Die Hose. Hose. Der frisst die alle auf. Sowas willst du auf die Gesellschaft loslassen? Der frisst die Hosen? Das Wesen braucht noch einen Namen. Platziere Buchstaben auf der Leinwand und betätige den Schalter. Ähm. Weißer, immenser Gewebe heißt der im Augenblick. Haha. Wie soll ich das denn machen? Notizblock verwenden. Objekte schaffen. Nennen wir den einmal. Weingee. 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 Was soll das heißen? Weißer, immenser Gewebe. Weingee. Ne Weinge. Ne Weinge. Weingee. Warum? Keinter nicht. Keinter Beide. Du sollst überhaupt Buchstaben machen. Gib mir ein A. Den den Alf. Den den Alf. Hahaha. Hm. F. 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 Kochen. Jeste zijn. Weiß ich nicht. Das sind jetzt Buchstaben. Wie viel soll ich denn da machen? Weiß ich nicht. Da mach doch einen WIE. Es ist ein Alfie. Ein Alfie. Alfie. reicht doch wie viel Buchstaben braucht er denn das weiß ich doch nicht verwende Buchstaben um den Wesen einen Namen zu geben wenn du fertig bist, betätige den Schalter ach so, dann mach mal die Szenen wo ist denn der Schalter? da dann mach ich mal das K wieder weg das C ist auch nicht so, Alfie ist gut ich hab das vergessen, der hätte es auch sagen können mit dem Schalter ich hab das auch vergessen interagieren muss man ah guck mal das ist der Alfie mit einem Auge das war eine schwere Geburt ja irgendwie schon ach doch ja schnappt gebt mir fünft ja vier schön aber auch fertig ach ja was machen wir jetzt das oder das das oder das, das oder das oder das? Nein, erst da vorne das. Du willst das ganz ordentlich Stück für Schritt machen. Jetzt machen wir das ordentlich. Das. Ja. Das müssen wir auch noch machen. Da will ich aber noch nicht hin. Machen wir jetzt Schrägstrich Galerie. Oh nein, hier ist auch bestimmt ja ganz viel. Wir kommen in der Schrägstrich Galerie. Ach, das ist auch ein bisschen laut hier im Museum. Was sind so die allgemeinen Umwelthintergrundgeräusche? Ja, was will sie denn? Als dieser Kunst weg ist eine Fälschung. Hilf mir dabei herauszufinden, welches. Aha, sollen wir das denn machen? Ausgedehnt der Pfeilspitze. Oh Mann, das ist so doof. Was ist das? Einfach ein Gegenstand. Ja, das machen wir gleich. Erstmal müssen wir das Bild rausfinden. Ich hole mal meine Lupe. Da holt ihr meine Lupe. Lupe. Ah, das war richtig. Will die noch was? Nö, die Kuratorin, ob die will was. Ich brauche etwas, um diesen Knochen miteinander zu verbinden. Gib mir eine Kleberolle. Klebeband. Klebeband ist schön. Klebeband. Woher kennst du das denn? Ich habe Susi geguckt. Ich habe die Folgen mit Susi geguckt. Und sie rufte alle fünf Minuten Klebeband. Guck mal, hat ein Dino gebastelt. Schön, mit Klebeband. Erhitzen? Warum sollen wir den erhitzen? Oh. Oh nein. Oh nein. Habe ich mit der Lupe? Du hast ihn angeflammt. So was macht man doch nicht. So soll es ein guter Maxwell sein. Ich muss da raufklicken ganz schnell. Hilf Maxwell Kunst zu bieten, die den Besuchern des Museums. Mädliche Besucher? Oh nein. Was will er denn? Was den Besuchern ganz bestimmt gefallen könnte. Sag mal, lies doch mal. Es ist Ausstellungseröffnung im Museum. Platziere etwas in dem Rahmen, was den Besuchern bestimmt gefällt. Den Besuchern ganz bestimmt eine Raumstation. Ja, ne? Ein Ufo. Ein Ufo. Passte aber nicht ganz. Na ja. Hat einer aber einen Rahmen gemalt. Hier kommt noch jemand. Was würde dieser Besuchern sehen? Platziere es im Rahmen. Eine Höhle. Ein Troglodyt. Ist das? Was ist Troglodyt? Ein Raptor. Dino. Was heißt Dino? Dino. Aber die haben ja auch einen T-Rex drin. Der hätte doch Raptor gehen können. Der heißt wahrscheinlich Velociraptor. Der nächste Besucher kommt platziert was im Rahmen. Blablabla. Ah, das ist Halloween. Halloween bestimmt Mike Krüger. Ne, wie heißt der? Reiter ohne Kopf. Reiter ohne Kopf. Ja, Reiter ohne Kopf. Ja, Reiter ohne Kopf. Mike Krüger? Nein, nicht der. Der, der Mike. Mike. Ach, Mike. Der Halloween-Mike. Was machst du da? Michael Möher-Mais. Weiß ich, wie man nicht schreibt. Ist egal. Dann macht mir eine Hexe. Hexe passt immer. Böse Hexe, genau. Ja, passt. Und was will er noch? Der letzte Besucher. Ah, Schneewittchen. Ein Gnom. Der macht bestimmt Schneewittchen. Schneewittchen. Nein, 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 nein. Das gibt es da nicht. Wittchen. Wittchen. Schnittchen. Schnittchen. Schnittchen ist auch gut. Schnittchen ist schön. Block. Kannst du essen. Was macht das für Lärm? Ein Zwerg. Mach Zwerg. Das ist ein Gnom. Der braucht, der braucht, ähm, Goldsack. Goldsack. Weiß ich nicht. Geldsack ist auch gut. Was ist das für ein... Münze? Nein, das ist natürlich Quatsch. Das ist ja gerade ein Gnom. Dann braucht er Gold. Oh. Gold. Gold. Nee, auch nicht. Was braucht er sonst so einen Gnom? Was ist ein Gnom? Ein Zwerg? Ein Zwerg. Ein Elf. Nee, die mögen die nicht. Die soll ja auch da in den Rahmen rein. Nee, das ist nicht richtig. Was will denn ein Gnom haben? Der geht nicht in den Namen. Ein Gnom möchte. Drache. Der will doch keinen Drachen. Du willst einen Drachen? Ich weiß nicht. Hä? Ja, frag nicht. Frag einfach nicht. Ich bin bescheuert. Ich weiß. Das macht nichts. Ja, das bist du. Weißt du warum? Nee. Du spielst zusammen mit der Fledermaus Schnibbelnauts. Genau, Schnibbelnauts. Zwei Stück brauchen wir noch. Zwei Stück. Nee, warte mal. Warum sind wir jetzt rausgegangen? Das weiß ich nicht. Geh wieder rein. Schafft Gott die zwei noch? Ja. Ja? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ach, die sind fehlen. Wir sind ja noch nicht fertig. Geh noch mal durch. In der Stadt fehlen noch zwei. Hier fehlen noch sechs. Ach so, die sollen wir ja alle anwählen hier, ne? Das weiß ich nicht. Was ist das? Ich muss an der Wache und der Überwachungskümmer vorbei, damit ich meinen Diamanten holen kann. Hä? Na? Na? Tarnanzug. Na? Soll ich mit der Lupe denn? Naaa? Was hat der denn da? Ich will meinen Tarnatz auch wieder haben. Gib ihm doch. Überwachungskamera vorbei. Er könnte Luftballons kriegen, so wie du es mit dem Eingemacht hast und dann fliegt er da so. Das glaube ich nicht. Gib ihm Flügel. Ja. Und Flügel? Da hat er Flügel. Na ja. Das ist ein Vogel. Ekelflügel sind schön. Ne, die will er nicht. Der hat ja schon Raketenrucksack. Da. Na ja. Was könnte der denn gebrauchen? Was will der haben? Was? Das kann ich jetzt nicht mehr... So, ich kann jetzt halt den Flügel. Ähm. Wieso geht das denn mit dem Tarn... 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 Tarnkappe heißt das. Tarnkappe. Das soll die nicht essen? Hihihi. Der isst die immer. Aber das funktioniert. Die Tarnkappe. Die muss er nur anziehen. Aber der isst die ja immer. Gib ihm dann einen Unsichtbarkeitstrank. Unsichtbarkeitstrank. Unsichtbarkeitsjacke. Auch gut. Das ist das gleiche. Der ist auf die Flügel gezogen. Das kann er nur anziehen. Das ist ja blöd. Wie heißt denn das da? Uniform. Mach mal Uniform. Ach man Uniform. Nur Uniform. Einfach Uniform. Nur Uniform. 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 Und wenn die Kamera vorbeikommt. Oder am Wachmann vorbei. Beträchtlicher. Dann gib ihm doch einfach Farbspray. Dann kann er die zuspringen. Den auch? Weiß ich nicht. Was redest du für wirres Zeug. Ich weiß es nicht. Wir brauchen, wir brauchen. Sag doch mal jetzt. Wir brauchen was. Wir brauchen irgendwie. Irgendwie. Ablenkungsmanöver. Ja das wollte ich auch gerade schreiben. Aber das haben die doch nicht. Ablenkungs- Ablenkungs- Natürlich Neckungsmanöver. Abdeckungsplane! Nimm die doch mal! Dann schmeißt du die mal da drüber! Über die Kamera! Oder über den Wachmann! Wachfrau! Ne, wir machen das woanders. Wir machen mal Kleister. Kleber! Kleber. Das kleben wir zu und der kriegt Schlafmittel. Oh, bist du böse. Jetzt willst du auch noch die bliebten Diamanten klauen. Das ist auch nicht nett. Ein Teddy ist ein Schlafmittel? Jetzt hat es zumindest keinen Stock mehr. Ich weiß nicht wie das geht soll. Schlafmittel, ne Pille! Schlafpille! Nein, wir machen mal einen Dieb. Hä? Was ist das? Das war das davon! Scheiße! Jetzt hat der Dieb das Klebzeug. Jetzt hab ich den da rangeklebt. Das wollte ich gar nicht. Ich glaub ich mach noch mal einen Dieb. Jetzt machen wir mal einen Eindrecher. Hä? 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 Bleib hier! Das ist aber ein komischer Dieb. Was geht hier denn ab? Ach der hat mir das geklaut. Das ist ja witzig. Er hat mir die ganzen Sachen geklaut. Weil er ja ein Dieb war. Ja, ich weiß nicht wie wir die jetzt wegkriegen hier. Nee, das fällt mir jetzt auch nicht ein. Ach man. Ah, der haut den Dieb! Der haut den Dieb! Das ist nicht nett. Nee, nee. Er hat doch noch nichts gemacht. Aber gut, nicht viel. Diebisiger Diamant. Gib ihm doch den... Nein! Gib ihm den Pinguin, dann hat er doch einen. Das kann doch gehen. Äh, das war aber Käse. Wie heißt denn der da überhaupt? Der heißt nicht beträchtlicher eisiger Diamant. Das schreib ich jetzt mal. Ja. 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 Trächtlicher... 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 Eisiger... ...Diamant. Ja, Mann. Ja, Mann. Kann's gehen. Fertig. Er muss an der Wache vorbei. Oh. Oh. Ah. 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 Seil. Du kannst mal die ganzen Krempel wegschmeißen. Scheiße. Du musst an dem Vogel festmachen, dann kann er selber ziehen. Geben. Oh. Nee. Hm. Reicht nicht. Nee. Aufsammeln. Das ist ja auch geil. Ja, da kann ich nichts mitmachen. Den könnte ich ja vielleicht stimulieren oder so. Nein, die kannst du wirklich mit der Sprayflasche zuspüren. Dann kann die nicht mehr gucken. Ja, ich weiß nicht, ob das so kompliziert ist, das Spiel. Das ist ja auch geil. Ich habe keine Ahnung. Das überlegen wir uns zwar bis zum nächsten Mal. Das ist ja peinlich. Ja. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020